So, und damit willkommen zurück. Was guckt das Game? Erst zum zweiten Mal. Was ist da denn los? Wir sind am Meeresgrund und wir sind unter Wasser, also am Meeresgrund und müssen jetzt hier zu einer Station, einer weiteren Station wandern. Eine Insel mit zwei Bergen. Flexi-Frage, was? Wann hast du das letzte Mal dein Postfach bei Twitch erforscht? Ähm, wollte ich eigentlich heute gemacht haben, habe ich aber vergessen. Ich gucke da so wenig rein. Ich schaue da nachher mal rein. In 10 Tagen kommt Episode 5 von Life is Strange. Ja, 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 ja. Ja, Life is Strange Episode 5, freue ich mich. Wir werden natürlich auch wieder im Stream spielen. Leider kam ich nicht dazu, Episode 4 aufzunehmen. Deswegen gibt's die auf YouTube auch nicht bei mir auf dem Channel. Was? Nein. Ich hab nicht auf Kreis gedrückt. Was war das? Hey, das Spiel war zwischendurch so harmlos manchmal. Warum wird das alles rot jetzt? Wir sollen noch Richtung Blau gehen, oder? Ich hab nicht auf Kreis gedrückt. Was war das denn? Alter, hör auf. Gerade erst mal Meter höher geschraubt, ey. Was? Weil ich fühle mich so leicht vernachlässigt. Warum? Alter, ist das laut gerade. Hallo? Ist das ein Unterwassersturm? So, ja, das kennen wir ja. Okay. 525 Meter noch. Warum muss ich sowas überspielen? So, was haben wir denn hier? Inventar. Leuchten der künstlicher Köder. 120 Stück. Reflektieren der künstlicher Köder. 80 Stück. Äh, ja. Interessant. Missions-Lok. Was haben wir denn da? Da sehen wir Bilder, aber ihr könnt es kaum erkennen. Köder, getrockneter Tintenfisch. 1 Kilo. 60 Stück. Äh, Ergebnis. Beschreibung. Seltener Haie nähert sich dem erleuchteten Köder. Er umkreist ihn, um den getrockneten Tintenfisch zu essen. Unwahrscheinlich, dass er oft in diesen Tiefen unterwegs ist. Eine Anomalie. Mentar. Was? Ne, Mantel. Von der Größe eines Mannes. 170 bis 200 Zentimeter. Geschätzte Länge des gesamten Tieres. 10 bis 12 Meter. Riss der Marlin mit einem wilden Angriff auseinander. Sobald wir die Lichter anschalten, floh er schnell aus dem Gebiet. Ganz eindeutig noch ein Exemplar, das von dem austretenden Strukturgel angelockt wurde. Der Mantel ist teilweise schuppenbedeckt und wird von einer neu gebildeten Knochenstruktur durchdrungen steht da. Das kann man kaum lesen manchmal. Die vom Gel entstellten Kreaturen sind wahnsinnig. Sie greifen alles und jeden an. Immer noch schwierig festzustellen, wie die Wau ihr Verhalten beeinflusst hat. Abgesehen von der offensichtlichen Aggression und Lichtempfindlichkeit. Die Kreaturen scheinen etwas Bestimmtes zu jagen. Etwas, das es in dem Ökosystem nicht gibt. Also vor Licht sind sie also empfindlich. Das ist schon mal gut zu wissen. Statistik. Buckelwal. Aha. Kalamar. Und Error. Anglerfisch. Das sind die mit der lustigen Lampe vorne dran. Die haben hier vorne so ein Lämpchen so. Hübsche Raupe. Ja, fand ich auch. Ich frage mich gerade, wo wir hier sind. Wenn sie vor Licht doch Angst haben, dann sind wir mit der Trashenlampe ja schon mal gut ausgerüstet, finde ich. Ich will da nicht lang gehen. Es ist so dunkel. Was, was, was? Ach stimmt, der Nightbot ist nicht ausgeschrieben. Sehe ich jetzt auch gerade. Hast du recht. Das werde ich aber nachher machen, nach dem Stream. Boah, Alter, ich sehe überhaupt nichts. Wo soll ich denn langlaufen? Ich folge mal dem Kabel hier. in der Hoffnung, dass ich irgendwo hinkomme. Scheiße, das Kabel geht im Boden. Aber da hinten ist Licht. Huhu, 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 lalala. Findet Nemo Kann man hier bestimmt ausspielen Alter, geh weg Was ist denn das denn? Piranhas? Geh weg Wo muss ich hin? Alter, was ist das denn? Die sahen aus wie Piranhas Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung Hallo Ich renne jetzt einfach dem grünen Licht entlang Geh weg Geh weg, geh weg Ich glaub, der Sturm wird auch immer schlimmer Kann das sein? Was? Timeout für ihn? Warum Timeout für ihn? Äh, ich timeoute dich gleich zurück Ich hab keine Ahnung, was der Was der Nightbutter gerade hat gegen dich Ist nur gerade so spannend Ich mach's gleich Außer du kannst noch schreiben Ich weiß ja nicht Ich muss gleich mal gucken Renn da rein 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 Kann ich hier Zür zu machen? Hier vielleicht? Nein Ah, er ist noch da Okay Was hat er denn? Was war denn? Was war denn da? Ich muss mal eben kurz schauen Stell dir vor, du, äh, Leus Dunkel, du willst Ach, Maul Weil du Maul geschrieben hast Deswegen Deswegen, weil du Maul geschrieben hast Aber du bist ja noch da, ne? Also getimeoutet hat er dich ja nicht Bist ja noch da Zu wenig Strom Alter Erstmal hier reinhören Wegen Maul Das ist Tau Wer ist das? Das ist Ian Peterson von Theta calling Ich habe ein Team mit mir und wir sind ein paar Kilometer von Tau Was? Wie? Wie? Wie kam in der Climber? Listen Wir haben eine wirklich harde Zeit mit diesem Sektor Heavy turbulenzen ist es schwierig zu gehen und die wilde du hast ist absolutlich rabid A storm kommt und geht Instruments show das Wetter ist relativ fair right now you should move out as soon as possible stick to the lights and the critters should leave you alone alright you heard the man we're moving out people Tao keep the doors unlocked we're coming in ok das scheint nicht zu funktionieren oder? doch oder? ich weiß nicht was ich hier tue garage es gibt so eine eine garage hier ich werde bekloppt was passiert hier aber warte mal hier ist jetzt was angegangen ok Strom ist jetzt wieder drauf anscheinend aber für was ist Strom drauf warte mal ist jetzt Strom an oder aus scheint ja an zu sein die Frage ist nur wo muss ich hin ich will da nicht nochmal raus ich will da nicht nochmal raus was haben wir denn hier Steuerung ah ich seh nichts Observatorium Signalstation außer Betrieb außer Betrieb die Tao funktioniert anscheinend muss ich ihm jetzt folgen ich folge ihm mal nein lass Licht an fahr bloß nicht weg boah krass ich will mich gar nicht umdrehen ich will mich gar nicht umdrehen wer weiß was da wieder hinter uns ist und was sind das was sind das für Geräusche oh da stand einer oh da stand einer ich schwöre da stand einer ich schwöre links stand einer am Bildschirmrand ich schwöre das oh 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 geh weg was ist das denn wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss ich hin scheiße wo muss ich hin scheiße ich seh nichts wo muss ich hin ich weiß ich weiß nicht wo ich hin muss und jetzt das scheiße hier hat unseren Roboter gefressen ich kann doch jetzt nicht einfach in die Dunkelheit rennen scheiße geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg scheiße geh weg ich seh nichts ich weiß nicht wo ich hinlaufe das ist bestimmt vollkommen falsch geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg scheiße fuck scheiße man ich weiß nicht wo ich hin muss das problem ist ich weiß nicht wo ich hin muss oder muss ich hier lang vielleicht kann das sein hier ist eine Höhle ach 겁 neaahhhhhh iiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Ich mach die Augen zu und renn einfach durch. Geht weg. Sind die eklig. Die sind überall. Oh, die springt mich da nicht gleich einer von an. Wir kommen mit dem Spinnenhassack. Die sind überall. Die sind weg. Ich hab voll die ganze Haut. Ich mag diese Viecher nicht. Los, raus hier. Ah, ich hab mit Schnee und die Nackenhaare schon wieder zu bergen. Oh, puh. Aber wo muss ich jetzt lang? Verdammt, wo muss ich jetzt lang? Scheiße, ich seh nichts. Wo muss ich lang? Scheiße, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich geh wieder in die Höhle. Yo, alles klar, Bully. Guten Abend, Angel Rock und willkommen zur Let's Play Live Show. Oh, die ist eine Spinne. Ja, die salze ich hier gerade ab. Ich weiß nicht, wo ich lang muss jetzt hier. Ich orientiere mich einfach mal. Warte mal, hier ist es. Da, 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 da. Oh, mir stehen die Nackenhaare zu Berger. Das ist schrecklich. Oh. Glaube ich denn jetzt hier weiter richtig entlang? Oder wie ist das? Kann das sein, dass ich im Kreis gelaufen bin? Nein, oder? Wir waren doch hier schon. Bin ein bisschen im Stress, aber nur ein bisschen. Ja, sicher. Wir sind doch hier reingelaufen. Ja, ja. Natürlich. Jetzt muss ich schon wieder hier rein. Nein. Ja, ja, ja. Ja. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Das heißt, ich muss hier irgendwo falsch abgebogen sein. Aber wo? Ah. Huha. Huha. Boah, ist das fies. Boah, ist das fies. Ich laufe hier im Kreis. Ich bin doch jetzt hier im Kreis gelaufen, oder? Kann das sein? Natürlich. Ich renne nur die ganze Zeit. Ich versuche hier... Ja, das kam mir so vertraut aus, als ob ich das schon mal gesehen hatte. Der Eingang sah so gleich aus. Du bist falsch. Huha. Doch, jetzt bin ich hier richtig. Warte mal, da hinten leuchtet was. Oder so was? Das ist ein Gebäude? Kann es sein, dass ich da hinten hin muss jetzt? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich geh jetzt da hinten einfach lang. Wenn ich da überhaupt hinkomme. Ich glaube nicht. Scheiße, wo muss ich hin? Immer dem grünen Licht folgen. Ja, super. Dann probier... Ah. Ah. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Dann folge ich einfach mal dem grünen Licht. So. Also, grünes Licht. Ah, geh weg. 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 Scheißdinge. So, immer dem grünen Licht folgen. So, wo muss ich jetzt lang? Da ist kein grünes Licht. Hier vielleicht? Da ist grünes Licht. Ja, und wo lädt es lang? Links oder rechts? Ich sehe überhaupt nichts. Huah. Die Taschenlampe wird auch immer weniger. Ich sehe... Da ist Licht. Das sieht alles so gleich aus. Aber hier war ich doch schon. Ich würde nicht sagen... Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren hier in dem Tunnel. Da leuchtet was. Ist es immer der Silber? Das Problem ist, dass unsere Taschenlampe überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Ich will hier nicht sein. Ah, jetzt geht es hier wieder. Links lang. Hier ist auch nochmal links. Hier. Licht. Da hinten ist auch nochmal grünes Licht. Hier waren wir glaube ich noch gar nicht... Ich bin am Licht. Licht kann er nicht... Licht verträgt er nicht. Hat er gar nicht gesagt. Haben sie geschrieben. Er mag kein Licht. Ich glaube ich hole gleich die Angel raus. Und dann gehe ich mal fischen mit dir, Kumpel. Hier. Oh, da stand einer, da stand einer. Da stand einer. Ich bin da. Der stand einer. Der stand schon wieder links am Bildschirmrand. ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts ich bin total angespannt ich weiß gar nicht warum oh Gott ich sehe noch weniger und hier Speedrun durch natürlich wo bin ich denn jetzt oh Gott sei Dank das Spiel speichert hallo 24 Wodger ich grüße dich willkommen zur Let's Play Live Show schön dass du eingeschaltet hast ich bin ein wenig in Sicherheit 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 Vielen Dank.